was geht damit ganz schön jetzt willkommen zurück zu der folge counter strike mit dem team vom letzten mal und wir spielen back alley und wir glauben beziehungsweise jay hat schon angemerkt das könnte so eine map sein von wirklich vor vor früher einfach die bombe liegt hier irgendwas auf dem boden geblieben ich dachte jetzt irgendwie die bombe und dann gehe ich wieder weg da sind noch mehr er traut sich noch nicht vorzukommen von der kommt noch einer links ich habe noch keiner wo man lange läuft aber ich mach mal einen der verwirrt das gegner team du blockierst mich du wurst ich komme noch nicht rein ich bin da gar nicht hochgelaufen was er macht das ist wirklich jetzt auch ein leiter so im fassbar alt fast so man wollte immer schon mal gegen euch verlieren jawohl irgendwo ist da noch einer ich kann ja nicht die punkte holen wartet wartet ist mir egal ganz schön langsam tötet den nicht der part selber der hostage recht mal selbst schläppte auch die braute ab ologia wie gesagt sind ja einfach so eng ist, so eng wie die Bramsarsch. Ne, nicht Ping-Vorteil, aber... Bram, sofort steht da häufig einer, links oben. Ja, ich weiß. Kann zielen. Ich bin ja schon durch. Oh shit. Ja. Wat, auf die Entfernung mit ner Shotgun? Oder wat war dat? Ja, was? Lol. Das... Das war aber... Oh Gott! Nice, Peter. Hat der wahrscheinlich gehört, wie ich da hochgeklettert bin? Guck mal, er haut da eine schon ab. So, ich glaube, ich werd mir jetzt mal ne Shotgun kaufen. Hey, kannst du mir leben? Dankeschön. Mein hartverdientes Geld muss ich jetzt wieder ausgeben, ey. So, Matt. Ich komm jetzt mal hinterher. So, jetzt. So, auf. Der Terminator läuft vor. I'll be back. Du kannst hier am Anfang mit dem Messer laufen, du voll langsames Stück, wa? Achso. So, der Terminator läuft vor. Ja, du hast auch ne Schrotze. Alter! Der da oben hat da auch ne Schrotze, oder? Ja, sicher. Warte, warte. Der steht da direkt um die Ecke. Hast du ne Nate? Du bist, nein. Du bist doch Terminator. Ja, aber der hat auch so ne Schrotzflinte. Das ist Schrottfleisch. Ja, mach den einfach weg. Ja, mach den einfach weg. Ja, mach den einfach weg. Der ist links unten. Der ist direkt um die Ecke. Ja. So, der ist weg. Der wege Scheiß. Da kommt noch einer. Das kann doch nicht wahr sein. Nein! Alter, wie können wir denn das jetzt verkacken? Der Jay hat in dieser Runde 7700 ausgegeben. Ja, weil er für mich gelegt hat. Echo, oder? Ja. Sepp legt. Sepp kann legen. Was denn? Sepp kann Bram legen, ja. B90, irgendwer hat irgendeine Weg. Hier, Nova. Da. Ja, auch gut. Fast ne. Blendgranaten sind hier auf der Map Gold wert, Leute. Wenn die an den Punkten stehen, könnt ihr die wegflaschen und dann holen. Ja. An welchen Punkten? Wenn die an ihren Camperpunkten stehen. Achso. Jetzt gehen wir alle hier lang. Voll geil. Achtet, da holzt einer uns mit einer Schottie weg. So, komm, wir zürgen die jetzt tot. Lauf mal, Peter! Wahnsinn, jetzt langsam kommt der in den gefährlichen Bereich. Ja, ja, das passt. Egal, Hardy. Hardy. Hardy will machen hat. Ja. 31 Schaden. Der sitzt am Geiselraum. So geil sind schrotzen nun auch wieder, ne? Alter! Hab den weggerossen. Oh. What the fuck. What? Hardy? Wie kann man nur so Brainer auf Karten spielen? Das ist ja der Schiff, ne? Flashbang. Ava, Hardy. Ja, will ich nicht. Ich will meine Schrotze behalten. What the fuck? Hahahaha. Alter! Der hat uns beide weggehauen. Und der hat uns beide weggehauen. Oh Gott! Alter. Dachte der wäre weiter weg. Das war jetzt, äh... Ja. Da hat er uns aber... Wo, Alter? Alter! Der Ratchet Hamburger da, ey. Der blöde Pisser. So, ich bin nice hat der. Junge, Junge. Mehr Punkte als Jay. Ich dachte, das wäre gar nicht möglich. Scheinbar ziemlich easy möglich. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Wirst du was kaufen? Nein, nein, nein. Zu spät. Wie zu spät. Team Piffin wird geacet. Hat der einen Ace gemacht? Oh. Hat der wohl einen Ace gemacht? Da sind übrigens welche. Pssst! Was für die Schrotze hier vor? Oh! Du Miese Bitch! Nein! Hahaha! Hahaha! Was ist der? Alter, komm, ey! Hey, da war nur noch Fehler. Ja, läuft, ne? Werden die welche mit vernünftigen Waffen zocken? Die machen mit uns den Gleitern... Ja, was willst du denn mit? Was willst du denn machen? Schrotze gegen Schrotze! So, warte. Ich hau jetzt mal richtig einen raus. So. Ja. Gott. So, rett mal hinter mir her jetzt. Ich hau sie alle weg, ich schwör's dir. Let's go! Jetzt, das lass ich nicht mit mir machen. Bin ich auch mal gespannt. Ich brauche aber Deckung von euch. Andi, ich hab auch ein Haus. Andi, ich hab auch ein Haus. Andi, muss ich den der gibt, dann holen und mir eventuell dann wiedergeben. Das wär ganz cool. Ne, ich hab eh schon... Ne, ich hab nur nur einen P dabei. Ich mach das. Und dann... Und dann dass du was machst. ja peter macht dann immer die netten ist erstmal die nege für die tür zu du wirst sterben und hol die geisel wirst du verkacken jetzt werden gleich vier leute auf dich zukommen 3 und du wirst das nur nicht schaffen weil der magazin zu klein ist jetzt werden sie dich töten zwei sekunden die gebraucht hätte und jetzt die nege für das konzert so durchlaufen peter wo die nege wo sie dir noch schnell jetzt spiel peter ja jetzt werden sie jetzt musste nachladen jetzt die nege für 180 schuss ja aber mit der nege wäre schon tot nein mann hätte der folge gepustet er kommt hinter der herrn ja der red oben dadurch durch die fenster hör doch einfach nicht auf hardy ja er kam hinter dir her hat gesagt ja wärst du mal durchgelaufen wäre es hätte dich gar nicht mal peter so nehme ich denn jetzt kommt mal alle mit hinter mir her bitte ok der hat eine grüne p90 ja gogo weiter 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 ja weiter weiter deswegen dachte ich das geht das ist doch ziemlich geil wie du direkt aufs warbekommen hast ja aber muss ich jetzt aber nicht haben doch ich komme jetzt die arbe und laufe jetzt damit die durch die räume durch vielleicht laufe jetzt nachher konnte ich sehe schon ein headshot für peter oh nein das sah so witzig aus meiner perspektive und ich habe ja beziehungsweise am schlafen ist da auf dem so ist es ist ja der ratz da schön ja voll alter von dem up chillen oh gott was hat denn du denn was für die scheiß waffe hat dich das war mega schön ja die waffe war richtig scheiße könntet ihr einfach wenigstens mit p90 spielen ja ist ok alter ja aber nicht hartwig die wurst ja aber nicht die wurst du hast elf punkte streng dich mal an Ja, was denn? Ja, du hast elf Punkte. Ja, weiß ich. Elf Punkte ist doch gar nicht so schlecht. Das ist richtig scheiße. Nee, richtig scheiße sind vier. Das stimmt. Muss man das alles nochmal sagen. So. Einer von euch schon mal durch den Lübenshaft gegangen? Ja, das ist scheiße. Warte, ich flasche. Okay, Jay möchte nicht, dass ich flasche. Das ist halt ein dicken Schild, das er versplascht. Ich will in deinem Durchflaschen. Oh, shit. Wie gesagt, Flashbangs sind bullshit. Weiß. Wow. Ja, verzögert aber das Spiel. Ich hab mir jetzt gerade den Arsch gerettet. Okay. Wow. Da war noch einer. Ja, mach ich. Du kannst doch durch das Fenster gehen, ne? Klettern. Wabben. Ach so. Ja, macht voll Sinn. Helfe ich euch denn jetzt am besten? Ja. Spawn-Rennen. Mach ich mal. Oh, Peter macht halt schon, ne? Oder die andere Geisel holen. So, komm Bram. Go for it. Ja, ich bin nicht am Zweifeln. Juhu. Endlich mal ein Punkt. Ich kann nicht mehr. So. Ich komm, ich kaufe mal eine Ködergranate. Ich bin jetzt mal richtig, wer der ist. Boah. Du wirst sie direkt hier am Spawn. Voll geil, ne? Wo geh ich denn jetzt lang? Ich geh mal hier lang. Ah, da wo. Und die Arme ist. Also durch den Gang zu gehen hat gerade bei mir geholfen da oben. Du bist jetzt wahrscheinlich nochmal da durch. Absolut korrekt. Du kannst auch runter, ne? Glaub ich, oder? Ich hab diesmal nicht geholfen. Hadi haben sie kaputt geschossen. Du bist jetzt so schön. Ja, nice. Der hat damit gerechnet. Hadi, wo du noch einmal die Geisel? Wo ist die denn? Der steht unten rechts, Hadi, by the way. In so einem Gang. Oh, nice. Drei Flashbangs. Oh, nice. Zwei Stück da lang. Da unten, Schatz. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Ja, wirf die zwei Flashbangs und tu dann nicht. Der wird mich aber killen, wenn ich da rausklettere, du Mongo. Ja, außerdem haben wir noch Zeit. Das ist doch total bescheuert. Da leben wir ja nur noch fünf. Leben wir noch fünf. Der ist ein richtig geiles Schnittchen. Der hat richtig dicke Eier. Jay, da hinten waren zwei. Der steht links. Links an der Ecke steht der. Und guck dir um die Ecke, boom. Ich glaub Jay faced den nicht. Face me online. Dann machst du deine P90 saven. Ja, bestimmt nicht da oben lang. Da für einen Arsch. Da oben sitzen zwei. Die haben mich getötet. Boah. Neins. Nice. Das retten Leben. Salat. Einfach mal eiskalt weggeballert, würde ich sagen. Hast du Salat. Aber Jay hat eh nicht mehr genug Zeit gehabt. Doch, das verlängert die Zeit. Das komm ich mir jetzt mal. Die Zeit ist noch da. Ach komm ich kaufe mir jetzt mal. Wollen wir nicht mal die Awe pushen. Ich kaufe mir jetzt mal ne Autopumpe. Mach die Awe jetzt weg mit meiner E4. Ah Bram, Alter. Mit dem Ding läufst du aber in die falsche Richtung. Nein, nein. Was hat der Bram denn? Der M249. Hat einer von uns gesmogt? Nein, ey. Kochgranate ist raus. Dennis Hartwig. Pff. Mann, lieber. Ist nur mal so gesagt. Oh mein Gott, Hardy, ey. Was denn? Ich dachte, wir rushen durch den Nebel through, Alter. Ja, wie denn? Wir rushen durch den Nebel through. Das ist die Pro-Taktik 2000. Wo standen die? Eine schon in der, äh, rechts unten in der Ecke steht, in der Ecke steht einer. Der hat genau auf der Fenster gezielt bekommen. Durch den Smoke durch? Never ever, Kollege. Niemals. Das habt ihr gesehen, oder? Ich hab's auf Band, Alter. Der hat mich durch den Smoke weggeballert. Ich weiß nicht, ob du zugehört hast, aber der hat die ganze Zeit durch den Smoke geschossen. Ja, aber laber doch nicht, dass der mich jetzt einfach so wegknallt. Oh mein Gott. Wollt ihr mir zugucken? Das finde ich aber ehrenvoll. Also ich wollte mich nicht vor einer Ava wegballern lassen, aber irgendjemand anders hat jetzt... Ja, was willst du machen? Salat ist eh ein Hacker. Ja, da laufe ich lieber woanders rum als bei dem. Ja, aber der weiß doch eh, wo du langläufst. Der hat doch einen Wallhack. Ich hab gerade irgendwie so die Stimmung, dass ich Dennis Hartwig gerne eins auf die Fresse geben würde. Warum denn? Da, unten gucken die Undergoppen, genau so ein Hacker. Echt mal. Echo, Echo, Echo. Hadi, Echo. Was denn, Alter, Sepp hat 11.000, ey. Was soll ich denn legen? Ich will das nur vorher ansagen. Was soll ich denn legen? P90! Was ist denn das nochmal? Gib mir irgendwas. Komm mit mir eine Pistole. Sie haben die Kaufzone verlassen. Boah, leck mich doch einfach. Oh, P90, was ist das? Kann man das essen? So, brav, wir machen das jetzt. Oh mein Gott, wie wir auf die Fresse kriegen. Pssst. Aber ist doch schön. So watsch. Alter, du hast das Schrotpinsel, ist ja geil. Alter, oh. Da wartet, am Ende des Ganges ist einer. Geh doch rein. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Alter, was ist das? Das war so klar mit Hadi, was? Warum? Ich hab ein Hadi gekriegt. Alter, 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 Alter. Alter, Alter, Alter. Boah, der hat nur 39 geschluckt. Das ist ganz schön traurig. Jay, du machst das schon, ne? Ich glaube, Jay kriegt gerade ein bisschen zu viel. Jay, du bist voll der Pro, Alter. Du machst das. Halt die Fresse. Alter. Da hat sich der Chrissy gedacht, der macht mal einen Kopf zu. Mach mal einen Kopf zu. So. Ich brauch noch mal. Was denn? Ja, ein P90 ist wahrscheinlich egal. Ich brauch auch eine. Da weißt du, wenigstens. Ich schmeiß einfach ein paar Wochen. Ich komm jetzt mal eine MP9. Eine MP9 ist doch eine gute Idee, oder? Ich komm jetzt mal eine MP7. Komm an eine MP9. Komm an eine MP9. Okay, komm an eine MP7. Was eine Rotzrunde, ey. Ja, echt mal. Boah, das fing so geil an. Ich dachte so, bam. Ja, aber warte mal, vielleicht ist das ja auch eine T-Map. Ja, mit 9,3. Ich will jetzt sehen, wie man darauf spielt. Könnt ihr vorbilden. Ja, komm, ich geh vor. Okay, hab ich mir auch vor. Was ist denn hier los, ey? Oh, nein. Der hat mich mit deiner Stad-Track gekült, Jay. Komm, Jay. Geht jetzt alle nach rechts. Okay, warte. Drei. 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 Das ist der Shit, einfach. Ach, komm. Das ist ein richtiger Shit. Komm, wir pushen noch mal die Awe. Da muss er selbst hier die Rasur von Hadi in 68a weniger wehgetan haben. Komm, komm, komm. Wir müssen jetzt aber wirklich mit fünf Mann in der Nutzung. Ja, und du darfst doch nicht rein smoken. Lass mich voll flashen. So, komm, komm. Nein, jetzt sofort. Jetzt nicht stehen bleiben. Mit fünf Leuten. Jetzt komm, nicht stehen bleiben. Okay, komm. Ihr seid solche Mongos. Wir sind doch nicht stehen geblieben. Einer ist an der Ecke stehen geblieben, der freige Sack. Danke. Sepp, du hast dir keine Rüstung gekauft. Ja, weil ich so viel Waffen jetzt davon. Nur wenn du einen Helm gehabt hättest, hättest du das nicht überlebt, weil Wanner einfach. Hallo, ich hab voll wenig Geld. Ja, ich muss immer spenden. Du hattest 6000. Nein, ich hatte nur 3000. Ja, das sind immer noch 2000 zu viel. Ja, aber ich hab Ecke gemacht. Ja, aber. Ja, aber. Jetzt kannst du alles kaufen. Ey, Hadi, sie wissen aus wie der Typ mit dem Baskenmütze von Mistbusters. Ja, voll geil, Junge. Dann werde ich jetzt mal ein paar Mythen auf den Grund gehen. Welche denn? Ja, dass wir hier mal durch den Gang nicht durchkommen. Ich werde jetzt das Gegenteil beweisen. Boah, Hadi, ich hoffe für dieses Spiel wirst du irgendwie down gerankt oder sowas. Warum? Ich spiel, ich spiel voll normal. Verpiss dich mit deiner scheiß AWP, ey. Kannst du doch mal den Schwanz lutschen. So, jetzt geht's weiter hier. Krieg dich auf die Fresse bekommen jetzt. Ah, hier. Wat? What? Boah, die Geisel, ey. Alter, ich hab dem 92 Schaden gedrückt. Ja, und der Geisel auch noch mal ein bisschen. Hinter dir ist eine AWP, Herr Bram, ne? Könntest du davon ausgehen. Wollte ich nur gesagt haben. Ne, ich schütze dich mal. Ja. Ja, das ist unsere Runde, die gehört uns. Bram, hinter dir, guck mal hinter dir. Ja, ich bin hinter Bram. Achso. Fuck you! Shut up! Oh! 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 ist doch voll geil Junge. Ey ich will auch Will Smith sein. Echt ich will mich selber sehen. Wo ist ein Spiegel? Voll geil. Du siehst vom Gesicht her aus mehr so wie so ein Kanye. So ich bleib jetzt hier. Wer schützt mit mir die Treppe? Keiner. Gut dann mach ich das alleine. Ja komm ich schütze mit dir die Treppe. Okay. Wir machen das. Ich lauf hier vorne irgendwo rum. Da kommt auf jeden Fall keiner. Wir sind auch noch ein paar Steps. Da sind alle fünf. Die kommen alle zur Treppe komm ihr Mongos. Da komm sie. Block mich nicht. Zurück. Die kommen jetzt alle da hoch. Oh Gott. Ja. Jawohl der hat sich nen Hedder gefangen. Nein. Voll witzig. Die machen die obere Geisel. Holen die sich. Ja. 紀ist�. Au. Rechts. Links. Was? Geradeaus. Ja der hat nicht gemacht. Nice. Peter. Du machst halt jetzt. Der andere ist dahinten. Der könnte sich jetzt wahrscheinlich die andere Geisel holen. Peter. Das würdest du mal hören. Ich hab so ein Scheißteam, da weiß ich, ich bin bester des Servers. Ja, bringt aber auch nix. Wieder zu Treffer, Hardy? Ja. Oh, die Schrotze komm ich mir gleich auch. Da machen wir, da machen wir ein Double-Schrotzing, Alter. Ich bin der einzige, der das Spiel eigentlich gewinnen wird. Was denn? Wir haben aber Spaß am Spiel. Fick nicht mit dem Ficker, Junge. Das hast du bei Inferno aber nicht gesagt. Inferno? Das hast du nicht so viel Spaß. Inferno? Was für ein Inferno denn? Inferno. Als du gelieft bist. Ragequit und so. Ja, ja. Boah, ja. Aber inzwischen, ich kaufe mir eine Schrottze und versuche den Gang zu schützen und ich gehe dir nur auf den Sack. Ist nicht auch noch ein bisschen ein Unterschied. Vorsicht, Bram. Einer geht wahrscheinlich durch die Lüftungsschächte. Durch die Lüftungsschächte. Oh, shit! Boah, Jay, ich hätte dich gerade fast weggemacht. Du bist gar nicht, seit du da bist. Wo kommt man denn raus, wenn man in die Lüftungsschächte geht? In einem Raum über den mittleren Geiseln. Boah! Nicht cool. Der hat ein Handy bekommen. Ja, also jetzt mal. Ganz cool bleiben hier. Boah, die 18 Damage hätten wir so drücken können ohne Handy. Egal, der hat ein Handy bekommen. Geister, der zu freit. Welche denn? Ah, die andere. Ah, da ist noch einer. Vorsicht, hinter euch. Hinter euch, hinter euch müsste die sein. Im Geiselraum. Die müsste im Geiselraum sein. Die dürfte eigentlich noch nicht raus sein. Hä? Oh Gott! Das stimmt. Alter. Hat er denn gehabt? Der hat eine Schrotze gehabt. Das hätt's ja wohl gerne gehabt. Kannst dann nämlich nicht raus. So, Abram, jetzt kaufe ich mir extra... Passiert, wenn ich eine Geisel töte? Minusporanix. Die abgesechte Schrotflinte. Und wenig Geld. 256 Damage, Alter. Wobei, solange ich ne... Ach, scheiß drauf. Ich hab doch noch Geld. Falls jemand hat eine P90, will hier nicht eine. Boah, ich bin ein bisschen stolz auf Peter. Das ist der Einzige, der sich den Arsch hoch bewegt. Ich meine, ich hab auch gar einen Kill gemacht. Hä? Wo lauf ich denn lang? Ja, das ist ja... Bei dir ist das ja nicht schlimm. Du spielst ja nicht so häufig. I'm laying down some smoke. Das heißt mindestens einer, Seppiel. Ja, ich hab auch Schaden. Was, Seppiel? Wichser. So, Abram, was geht ab? Da ist keiner. Bist du sicher? Nicht. Wollen wir mal gucken? Ich hab sogar aus dem Fenster rausgeguckt. Okay. Ja, okay. Wow. Oh Mann, den hab ich doch getroffen. Weil sind im Tunnel. Hallo. Im Tunnel? Im Tunnel, wo immer die Aave stand. Ah, da. Ich hab'n gehört. Boah, Junge, da hat aber ne Ladung Schrott zum Frühstück bekommen. Ich hab' gesagt, da waren zwei. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Im Rücken dahin, weißt du. Ja, ja, Fehler. Und zwei. Ne, da ist keiner mehr. Fenster. Fenster. Oben. Wat Fenster? Fenster oben. Oh, ficken! Ah! Noll! Alter! Ich hab' noch 28 lang. Noll. Ich glaub' ich hab' Bram grad da oben. Ich hab' Bram vor allem. Ich hab' Bram vor allem. Ach, Bram beim Spaß, oder? Ich hab' Spaß. Also, er hat diese Reaktion gerade. Er wurde beschossen. Er rennt weg und schießt aus seinen Teamkameraden. Volle Panik. Ja, aber da kannte er aus der Tür raus. Und ich hab' wirklich einen Panik gekriegt. Einen Panik hab' ich bekommen. Wirklich Panik. Oh, die kommen, die kommen hier. Ah, 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 ah. Äh, nicht ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, ich bin geblendet, Bram. Die kommen! Da ist noch einer im Lüftungsstacht drin. Nichts mehr! Der ist fast tot. Sie hat mich Hand zu kriegen. Jetzt! Die kommen alle in die Treppe hoch. Alter, was sollt ihr machen? Der hat immer noch ein neues Leben. Ja, ich hab' den nicht mal gesehen. Die sind alle in die Treppe hoch. Nee, nicht alle, einer ist im Lüftungsstacht. Nein. Ich war ja tot, bevor ich den gesehen hab. Jawohl! Boah, Jay macht das jetzt mal eben kurz. Nein! Ich sag' ja, einer war im Lüftungsstacht. Ja, Jay, das hättest du aber machen müssen. Ja, wow! Nein, 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 ich wollte nur einen Harry sagen. Sorry, ich weiß. Der meinte... Ja, brauchst du gar nicht was zu sagen. Oh, Peter, du bist so unnötig, ey. Also, ich hab' Echo. Ich hab' auch Echo. Sepp, wie schaffst du das eigentlich immer, so viel Kohle zu haben? Keine Ahnung, ich kaufe mal die unnötigsten Waffen. Was kaufst du denn da auch immer für ne Scheiße? Was willst du von mir? Ich rotz dich gleich um, Penner. Ja! Mach das! Bitte! Tu's! Weißt du, mit der Uzi, da machst du ja auch nicht so viel Scheiben. Kann auch einem wenigstens nicht mehr wehtun. Alter. Au! Oh mein, verpiss dich. Fuck you, Alter, du hast mir 30 Schaden gemacht. Du hast mir 28 Schaden gemacht, Momo. Ja, ist Pech. Da ist einer. Ja? Da sind welche. Oh, die haben auf mich geschossen. So, Brabben, pass auf, du hittest die. Ando, ich snack die weg, okay? Wie das aussah! Die kommen ins Repo hoch, wahrscheinlich. Weil der ist lustig geflogen. Hol. Holstein! Hat der ne gute Waffe gehabt, Paddy? Heiße, Gang, äh, Gang oben, Fenster. Und Tunnel. Ne, ich glaub der Tunnel ist zurückgegangen, oder? Ne, ne, der kommt weiter vor. Oder war das der? Achso, ist dann noch mal, Paddy. Ihr müsst euch umdrehen. Ja. Oder geht schonmal zum Spawn. Mhm. Das könntet ihr auch machen, ja. Ah, Seppl. Na, wie die schweck dich. Ich hab das anwolln. Ah, mit Seppl kann man das genau machen. Die Geiselwippe, draußen die Geiselwippe. Links, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Wofür sag ich das denn, du Mongo, ey? Ach, Seppl, ey, Mann. Alter, ich hab grad nen Kill gemacht, jetzt hab ich mein Maul. Ich hab gleich mehr Kills als Bram, ja. Voll geil. Stimmt. Da muss man was gegen tun. Da muss man was gegen tun, Alter. Ich rotz jetzt erstmal ein paar weg und dann bin ich vor Bram und dann schaff ich gar nichts mehr. So, Bram, ab zur Treppe, sagste. Wo ist er denn da? Ja. Wobei, ne, ich glaub ich, jetzt geh ich mal woanders lang. Ich glaub ich geh jetzt mal zum Tunnel. Geh mal mit Pedernit. Tunnel ist gefährlich. Ja, ist mir egal, ich rotz die alle weg. Oh, da ist ne Awe, Peter. Ja, da ist die ganze Zeit schon ne Awe. Ja, der soll kommen. Da ist einer am Bram. Dann rotz ich den weg. Oh, oh. Und da haben ne Schaden gemacht. Die kommen. Kommen. Da sind viele im Tunnel. Mehr als einer. Ich flashe. Okay. 2, 3, 2, 1, jetzt. Und jetzt können wir gucken. Alter, die sind so Mongos, ey. Einer ist da, die Awe. Den hab ich gedrückt, aber der ist nicht gestorben. Okay. Ja, der soll kommen. Der kommt. Na? Ja. Die sind unten schon drin. Ja, ja, ich bleib hier. Ich bleib hier. Ja. Ich bleib hier. Bleibst du da? Jetzt. Kannst du ja aussuchen welche. Jetzt ja auch noch einen Kill. Einen Schuss habe ich noch. Nein. Die andere Geise ist aber schon noch ein Weg zu denen, ne? Ja, was soll ich denn machen, wenn ihr alle sterbt? So, jetzt muss die Geise dafür sterben. Weißt ja, jetzt kommt nicht mal der Spruch, alles drin außer gehen. Ich stirb dir ein. Hast du leider nicht mehr hingekriegt, der hat mich verknicken. Oh, jetzt läuft er auch. Ja, wir machen das. Ich hab da den Urin. Oh. Gott, Jack kriegt schon zu viel. Vor allen Dingen, weil du zwei krank bist. Ja, aber es ist schon vorbei. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Ich bin doch gar nicht so alt. Pusche jetzt den Tunnel. Whatever. Ja, wir waschen jetzt einfach den Tunnel. Oh, die kommen Treppe. Da stehen schon ganz viele. Der Tunnel hat mich gekillt. Ich weiße den Tunnel. Okay, ich verschiebe auf Tunnel. Ne, ich bleib hier. Ich bleib hier, Bram. Oh, Alter. Ja, da hat er mich weggemacht. Ja, da hat er mich weggemacht. Ja, da hat er mich weggemacht. Was ist denn denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Eine geile Reaktion, Alter. Ja, der hat manchmal echte Reaktion, wie so eine Walnuss. Ja, ich hab nur etwas gesunken. Wie Walnuss? Ja, ist klar, Jay. Ja, tu mal was, ja? Echt mal, Jay. Du hast bis jetzt im Spiel noch gar nicht so viel geleistet. Also, jetzt wird's mal langsam Zeit. Boah, Jay hat ja auch immer die Bobby-Gegner gegen sich. Oh! Der geht auf! Ja, genau! Jetzt aber schnell. Könnte eng werden. Ne, glaube ich nicht. Der muss ja außen rum. Ist er denn, der läuft durch den Schacht. Ah! Ah! Wieso funktioniert mein Mikro nicht mehr? Das funktioniert. Wir hören dich. Ah! Ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen, die geilen Schnittchen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau! No. Stop!